Gebt mir wenigstens nur eine dritte Person. So. Dann hauen wir jetzt erstmal Austin hier ein bisschen um, habe ich gehört. And the gimme. Bitte. Austin. Nein, das ist ein Job, den will ich nicht haben. Tut weh. So. Nein. Hacke. So. Ah, wie eine Jäcke mit dir. Und die Ten Punches. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Ja, man muss ja sicher gehen, dass es nicht verzählt. So. Zack. Den Nacken haben wir dann hier. Eins. Zwei. Was ja schon hier am Ende sein können. Ich meine ja nur. Suplex. Und Austin kriegt ja einfach nichts durch. Hauen wir mal hier wieder unseren Rocky zu Boden. Elbow geht daneben. Auch schön. Uau. Autsch. Ah, kacke. Ey, ich bin ein Seil. Oh. Oh, shit. Sorry. Ja, wollte er es nicht. Wollte nicht Michaels schlagen. Zack. Weg hier. In die Ecke. Zack. So, bringen wir Michaels rein. Und. Ich hab vergessen, dass ich was machen muss. Ich dachte, das ist einfach schon der Move. Oh nein. Schaum, Schöner. Schaum, Schöner. Du kommst nicht in den Seil. Du gibst auf. Mein Lieber. Gib auf. Gib auf. Na. Natürlich nicht. Äh, Rocky. Huh. Fisch macht ihren Job schon mal ziemlich gut. Ah, Superkick. Das war's. Ich wollte zum Cover ansetzen, man. So, jetzt aber. Schade. Hätte ja sein können. Zack. Ha. Hast du wohl gedacht. Ah. Oh, jetzt noch eine. Tuning up the band. Switchy music. Und Cover. Du bist doch vollidiot, ey. Hast du alles an, Earl? Hammer gewesen. Und du denkst so, nö, ich fuhr jetzt den Typen da raus. Oh, ja. Trish. Trish. Oh, ich kann dir bei dir in Ferdinand machen. Oh, Gott. Trish, halt dir bei dir. Oder? Okay. Haha. Die Powerband. Nein. Haha. Pracht so wohl. Oh, auf den Arm. Du brauchst eh nicht mehr. glaube ich habe er umgebracht 1,2,3,4,5,6,7 dann haben wir zweimal im match gewonnen so ihr macht das schon du bist doch so dumm ich weiß auch nicht was das soll aber ihr macht das schon so super kick und nochmal hier zur Switcher Music ansetzen zack oder was würde ich jetzt zum Cover ansetzen und nicht zur fucking Armbar 1,2 ja dachte ich mir schon die sitzen da zur Armbar an ein vernünftiger Mensch irgendwie sollte er auf Earl nicht mehr so oft schlagen auf dem Markt so war es natürlich haha Idiot inzwischen bist du jetzt auch nicht so wirklich hilfreich rein ja nur nein warum muss ich denn Rocky rein Rav rein ja nur ouch ouch egal Powerbomb zack zack ähm können wir jetzt ein großes Problem haben nö rockings kacke haha haha bumm kann sich mal entscheiden welch hack ich soll aber solange wir Michaels mit dabei haben ist das kein Problem ah Junge was macht der denn da naja das ist auch für alles im Weg so komm Rocky du bist so verwirrt gewesen holy shit jetzt verprügelt der Trish chill mal Junge chill mal erst mal außen verspotten hu ich hab ne Idee hui ouch ich hab keine gute Idee hab nur gesagt dass ich ne Idee hab aber auch nicht dass ich ne gute Idee hab kann man rock wieder in den Ring bringen weil ich will am besten Austin und dazu muss er erstmal wieder austen eintaggen weil ich verprügelt ihn ruhig raus das ist kein Problem oh god oh god gegen Trish die wird richtig fällig gemacht ja ich glaube jetzt das macht Trish ja erstmal einen Labjob zeigen ist auch okay so ähm Superkick jetzt habe ich dich jetzt hier in den Ring lassen oh Gott nein 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 oh mein Gott Gott sei Dank ja ist so schön nein nein oh mein Gott das war so knapp das war so knapp holy macaroni so Switching Music und noch eine aber ich habe noch eine für dich zack zack war außen looted wie so oft eins rock was macht selbst da und warum oh ist immer ein Job oh oh eliminated oh Killswitch! Komm, komm auf! Nein! Was für Roadbreak! Junge! Ich heul gleich! Nein! 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 Raus mit dem... Juma McGrock! Ja! Frank Form, ganz wichtig! Kannst du... Kannst du mal sein Bein in Ruhe lassen? Ich will meinen Switcher Music ansetzen! Danke! Hat mir doch gar nichts gebracht! Nein! Nein! Ich hab ein Problem! Oh Gott! Ich hab erst recht! Ich hab ein Problem! Oh Gott! Overshooted! Oh wir haben ein ganz schlimmes Problem hier! Reach for the sky! Nein! Bin ich dumm! Oh bin ich dumm! Oh danke! Und das war's! Das war's! 2 1 2 1 2 1 1 1 1 eher fragen wie ich hasse dich so sehr ich hasse dich so sehr kannst du mir aber kann man sehen mann ganz wichtig ganz ganz wichtig wir müssen irgendwie hier warum michael's holy shit was ist was ist dein problem egal stellvorlage vom tisch ost kommt nicht rein 12 nein 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 oh gott wir haben ganz andere probleme gerade wir haben ganz andere probleme gerade ok michael's möchtest du vielleicht auf den apron gehen möchtest du vielleicht deinen job machen nein das 12 je nach dem blöden german nicht schade wäre toll gewesen schöner damit und direkt zu switchi music direkt zu switchi music und das war's das war's gute nacht rock schön rock erst mal aufgefallen mit der herz ist es kann jetzt mal hier wirklich das mensch mal binden das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein du bist ein vollidiot hier vielleicht können wir es noch sowieso nicht legal im ring völlig egal ob der im rober ist oder nicht nicht der legale mann also raus mit ihm apropos nicht der legale mann raus mit ihm mann ist nicht das was ich wollte super kick das war's 1 2 3 gott sei dank oh mein gott das war's1 3 4 gott sei dank oh mein gott sei dank oh my gott sei ink 4 gott sei k